was hat alto warum nehmen wir das hingebaut das neue hier das neue grusel grusel haushalt besuchen können wir nicht wachs schenke geschenke besuchen machen wir mal an das jungsel ja ist das lustig wenn man ein neues spiel hat und keinerlei peilung davon hat ach ja sehr schön und das friedhof friedhof auf dem friedhof wollen wir nicht so fahr putzi fahr wir haben nur 15 simoleons fällt mir gerade mal so auf da hockt es drin so nur wackel mal da rein wow das sieht ja cool aus was ist das tanzen wir tanzen mal ein bisschen ach die hat hunger sitzen die rockt voll ab trinkt zu sich neben trinksmixen nee ja wie sie mit dem arsch wackelt schaut euch das mal an die geht voll ab hier also tanzen kann sie anscheinend was haben wir denn hier sonst noch okay jetzt rastet sie vollkommen aus die gibt hier voll speed ja unterhaltung ist immer gut was hat man hier gehen wir mal da rein gehen wir mal da rein gehen wir mal da rein die karten ansicht ist ein praktisches hilfsmittel die musik ja sprint mal schnell rüber im elixier kommissionslager bekommst du alles was das alchemieherz begehrt was du lache ne sich aus wie ein clown freundschaftlich begrüßen aha aha nibi wacchi okay nibi wacchi im feuer stochern farbe des feuers ändern im feuer stochern das ist gut war ja aber ich weiß immer noch nicht genau und polizei rose oh mona wo hallo ich schenke dir eine rose und ich will die polizei hat los besuchen machen wir gehen mal zum teich also hat schon einen netten hüftschwung hier ja da ganz hinlauf machen bisschen sport schneller du bist so langsam hallo ist vielleicht mal darüber aber wo findet man hier edelsteine die mondphase vermag ist den inneren wohnsüchtigen an die oberfläche zu holen aha ich jetzt zwiebelpflanze stein springen lassen machen wir mal machst du was denn das vampir treffen kopf salat vampir treffen ja wo treffen wir ein paar vampir ja das macht spaß was haben wir denn hier ernten wir ernten das zeug hier einfach mal das nehmen wir mit betrachten mit pflanzrägen kann man nicht ernten ernten was soll es ernten die köche des restaurants haben gespannt auf sich gewartet ja 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 ich habe es nicht kapiert so angel mal hier ein bisschen was sind dat guck mal die fetten fische an was machst denn du so die pflanzrägen sollst hier angeln jetzt hat die das weib ist zick immer daher jetzt und jetzt du angeln man kann die nicht angeln ich glaube die kann nicht angeln ich will den fisch haben jetzt guck dir mal den fetten fisch an hier mit wem redest du super ja super so wo treffen wir jetzt da was ist das sammeln das sammeln wir mal auf in und rund um die stadt verbergen sich jede menge dinge die dein sims sammeln kann was haben wir jetzt gesammelt wird jetzt noch was sammeln wir auch auf wir nehmen einfach alles weg wir nehmen alles weg ist ja oben was baby hat gerade einen stein gefunden kleiner meteor steine erst 22 simoleons wert okay gibt es hier noch irgendwo was außer zwiebel pflanzen kann man hier was sammeln ja hier ja ich will mal ein vampir treffen hier edward wo bist du ich will dir treffen ich will dir treffen ich sehe eine stein ne das ist nichts das ist ja doof kann man auf bäume klettern ne so pipi was machen wir jetzt mit dir hm latsch mal da hin vielleicht finden wir hier noch ein paar steinchen gucken wir mal hier oben ob wir da noch was finden sieht aber nicht danach aus hm hm wo trifft man vampire und so ach was haben wir hier sammeln in und rund um die stadt verbergen sich jede menge dinge ja das haben wir schon gemerkt ich glaube mal ein bisschen schneller hier ist das jetzt gesammelt ja das ist lustig das ist lustig ich will jetzt Sachen sammeln hier was 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 ist das hier ach so gibt es hier noch was sieht nicht so aus was was ist denn hier unbekannt ungewöhnliche Samen unbekannte ungewöhnliche Samen nehmen wir mal mit das hat man jetzt fast übersehen alles mitnehmen so was hast du denn da für den Samen gefunden nehmen nehmen wir nehmen alles mit wir sind wie die müll abfuhr wir nehmen alles mit wir sind schmetterlinge was hat man hier spezieller Samen wir finden lauter Samen hier geht es ja zu wie auf einer Samenbank ha 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 wir latschen hier einfach mal durch die Pampa beziehungsweise schauen uns das hier alles mal an vielleicht finden wir hier noch was ach hier haben wir wieder einen Stein Samen gibt es hier sonst noch was ist nochmal was sammeln bin ich mal gespannt was wir hier alles finden werden was denn das Kopfsalat Paprikapflanze hier sammeln wir nehmen einfach alles mit alles wird mitgenommen ist hier irgendwas ne kann man hier baden gehen ne geht nicht und die muss pullern die gute muss pullern dein Sim hat eine neue Beziehung begonnen was in so einer Nachbarschaft bestimmt nicht unbemerkt bleibt was wer hat eine neue Beziehung begonnen ist bestimmt fremdgegangen was macht er ein Elixier bekommen wir fahren mal nach Hause schnell wir gehen nach Hause und wenn ich kelle mit einer anderen erwischt da gibt es aber paar geklatscht hier dann gibt es paar geklatscht Ehefrau benutzen jetzt aber ZZ hier nicht dass die Olle mir irgendwo hinschifft jetzt sind wir müde ja schlafen Bettbesitzverhältnisse einstellen was ist denn das was meinen die damit eine neue Beziehung angefangen wer hat da eine neue Beziehung angefangen ein Spiel mit Kelturio spielen ok ein kursieren es kursieren Gerüchte dass seltsame Kreaturen der Nacht in der Nacht sich in der Stadt herumtreiben dein Sim möchte ein Vampir treffen suche an exklusiven Orten nach Vampiren so was sind exklusive Orte was sind exklusive Orte hm wo würde ich mich denn als Vampir aufhalten vielleicht im Elixiershop keine Ahnung im Stadion was weiß ich das verstehe ich hier nicht ganz ja und dann würde ich mich auch erst nochmal hier mit Sims Supernatural vertraut machen richtig ich meine es bringt euch ja auch nichts wenn ich hier nur blöd durch die Gegend klatsche und keine Peilung von irgendwas habe deshalb würde ich an dieser Stelle die Aufnahme erstmal beenden und ich hoffe ihr hattet wie immer Spaß beim Zuschauen und dann sage ich mal Tschüssi Euer Boots